Willkommen zurück zu Drakense Online zu einem kleinen Video, was man noch alles so machen könnte, bevor jetzt die Kontoterweiterung am Dienstag kommen wird. Man kann jetzt im Prinzip sagen, dass das, was jetzt hier auf dem Testserver ist, ist jetzt final. Das einzige, was noch geändert wird, sind die Zwischenwelt-Uniques. Ansonsten ist alles, was man jetzt hier so hat, wird auch so auf dem Lifesaver sein, mit vielleicht ein paar kleinen Schönheitsfühnern, dass hier auch Ringe angezeigt werden. Solche Kleinigkeiten werden vielleicht noch geändert, aber was den ganzen Stats angeht und so weiter und so fort, bleibt so. Bei Marker kann man im Prinzip sagen, beziehungsweise eigentlich kann man sagen, dass im Prinzip die Abklingzeiten wurden überall ein bisschen runtergestuft. Zum Beispiel hier ist noch eine Abklingzeit von 10 Sekunden drauf. Gut, ich habe gerade 8, ich habe noch ein paar Runen drin. Aber sowas halt, das ist dann halt noch ein wenig anders. Ansonsten kann man halt sagen, dass gerade beim Marker wurde der Feuerball stark abgestuft. Die hat 82%, das ist gerade nicht richtig. Das ist wegen dem Magma. Es sind nämlich 110%. Wurde die Sonntag gestuft, kann man noch ein bisschen erhöhen. Und das beim Ende dann auf, ich gucke mal eben, also vorher waren es 150%, jetzt kann man es erhöhen auf 140%. Das heißt, er wurde, ja, ein bisschen abgeschwächt, aber halt nicht viel. Ist okay. Wenn ich das jetzt zusammen benutze mit meinem Herold-Mantel, der tatsächlich auch noch zwei Feuerbälle schießt, Hier unten steht, die Feuerbälle fügen aber in Anführungszeichen nur 75% des normalen Feuerschadens zu. Ist aber okay, geskillt, macht jetzt immer noch 105% Schaden. Und das Ganze muss man halt immer mal zwei rechnen. Also 210% ist also immer noch saustark für den Magier. Vor allem, da er zusammen mit dem Talent der Feuerbeherrschung auch alle Gegner durchschlägt. Also alles in Ordnung. Skills, wie gesagt, wurden alle ein bisschen angepasst, auch beim DK, beim Valdi und so weiter und so fort. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Abklingzeit immer runtergestuft wurde. Guti. Dann aber ganz wichtig, was ganz, was viele Leute wissen wollten, ist, was mache ich jetzt mit meinen Runen, was ist mit den Steinen und so weiter und so fort. Dazu. Jetzt ein Problem. Kann ich mal hier... Das hat mich entschieden nicht abgespeichert, das Ganze... Läuft ja richtig gut. Warte, warte, ich hab's gleich. So. Kann man dann noch so irgendwas sehen, was man nicht sehen darf? Nö, alles okay. Dazu hier eine Liste. Welche Runen es jetzt noch wo alles geben wird. Es wird danach unterteilt in drei Runen. Deswegen haben wir jetzt A, B, C genannt. Und hier ist quasi, wie viel man es danach... Okay, hier kann man ja keine Runen einstauben. Wie viel Staub sie bringen, sieht man hier. Hier ist ein kleines Fragezeichen, aber es ist nicht so schlimm. Und hier ist quasi, wie viel ich brauche, um eine Grün herzustellen, von weiß auf grün, von grün auf blau. Das ist quasi nicht zusammen, sondern immer nur von bis. Ja, wie gesagt, die, 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 ja, keine Ahnung, wie ich es die nennen möchte, die Attack Runen, die Damage Runen, sind so für Schaden, Krit, Angst, Geschwindigkeit. Gut, Laufgeschwindigkeit ist so keine Attack, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und wie gesagt, die B-Runen, nenne ich sie mal, die kosten natürlich, die kosten ein bisschen weniger. Und die C-Runen, quasi Wissen, Materie und Erkenntnis, die wurden extra umgeswitcht. Die habe ich auch schon mehrfach gesagt, dass sie das auf jeden Fall noch umswitchen werden, wurde auch. Sodass die Wissensrunen, die man sich jetzt kaufen kann, keine 1500 Staub oder sonstiges mehr, sondern in Anführungszeichen nur noch 344 Staub pro eingestaubter Rune bringen. Kann man sich selber überlegen, ob man das machen möchte, ob man dafür Gold ausgeben möchte, um das im Endeffekt ein bisschen mehr Runenstaub zu haben. Ich werde das, glaube ich, machen, weil das Gold ist ja, wie man hier schon sieht, im Endeffekt, bekommt man hier viel, viel mehr Gold für alles Mögliche. Ich werde auch später noch mein Inventar zuklatschen mit irgendwelchen Items, also ich werde alles Gold ausgeben, werde mein Inventar zuklatschen mit irgendwelchen random Items, ist total egal. Und werde die dann, sobald die Konto weiterkommt, einfach direkt verkaufen, weil ich brauche es ja eh nicht. Einfach einfach direkt verkaufen, habe ich wieder ein kleines Goldpuffer, wie viel weiß ich noch nicht, aber das wird halt mein Inventar. Eine Sache, die ich wahrscheinlich auch machen werde, ist, dass ich alle, alle Neugoldverzauberungen wegschmeißen werde, weil, wie man hier schon sieht, hier erscheint auf diesem Gegenstand bei 92%, das sind 30%, im Endeffekt. Es skaliert leider nicht hoch, was es eigentlich sollte, hier auf der Waffe sind jetzt zumindest 42%, und ganz unten sieht man das zum Beispiel bei einer Fast-Max-Verzauberung. Da ist schon ein riesen Unterschied, also 12% macht schon einen riesen Unterschied, sodass man die ganzen Gold, Neugold, Platin, wie man das nennen möchte, Verzauberungen, die man jetzt hat, kann man im Endeffekt alle wegschmeißen. Weil, du würdest das später tatsächlich wirklich, du würdest das so machen, dass du nach Blattschern reinrennst, dir dort die guten Items craftest, also Farms, die guten Verzauberungen, und diese dann rüberziehst, weil die sind im Endeffekt das Level 145er Verzauberungen. Ich hoffe, das war jetzt richtig verständlich. Ansonsten, Runen, noch eine Sache, die mir sehr gut gefällt, ist, dass der Hintergrund von den Set-Gegenständen, das steht auch oben drüber, Set-Gegenstand, das ist jetzt nicht in einem hässlichen Silber, sondern in einem angenehmen Blau, das ist ganz okay, sieht deutlich schön aus. Eine Sache, die ich mir noch wünschen würde, ist, dass hier zwischen Legendär und Unique, dass da noch ein bisschen ein Unterschied ist, dass die irgendwie ein bisschen heller sind oder sonstiges, aber das ist nur so, Geschmackssache, das finde ich schon mal sehr hübsch. So, was sollte man sonst noch machen, wie gesagt, die ganzen Runen, sollte man auch alle so lassen, wie sie sind, solltet ihr nicht hochcraften, Wissensrunen, kann man sich selber überlegen, ob man sie kauft, ich mache es, dann haben sie eine ganz große Liste veröffentlicht, die haben wir hier, die Gegenstandsveränderungen, Transferlöschungsskript, bla 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 und so weiter und so fort, hier sieht man nochmal, wenn man ein Level 55 Item hat mit Rang so und so, wird das zu dem und dem Level, wie gesagt, der Faktor ist immer mal 2, steht da unten auch ganz groß drin, hier hatten sie noch ein paar Beispiele, ja, aber, ja, wie gesagt, das wird am Ende ja auch uninteressant sein. Dann haben sie hier die Edelsteine, damit fangen wir mal an, zu den königlichen Amethysten verbessert, das sind quasi die grünen oder halt die blauen, die blauen wäre magisch, wird einfach zu einer, die grünen werden zum Trapez und die blauen werden zum verfeinerten Trapez, also quasi die erste Stufe nach königlich, die zweite Stufe nach königlich. Das wird mit allen Steinen so gemacht, die Edelsteine der Aufwertung heißt es, wird zu einer neuen Version, dasselbe passiert auch mit der Rune der Aufwertung, ich weiß nicht, ob die unten drin ist, aber, ja. Hier sind nochmal die ganzen Runen, wir sollten einfach kurz auf Pause machen, zu was die halt im Prinzip werden. Mächtige Runen der Härte wird zu einem Juwel der Härte auf Magisch, also, das ist halt, in, hä, ich stehe mal Juwele. Runen des Fokus wird zum Juwel des Fokus, also, es werden, einige Runen werden zu Juwelen, also, hauptsächlich sind es die Fokus-Runen und die Runen der Härte. Das sind, also, die Runen der Härte sind quasi die Dinger, die man hier jetzt drin hat, das sind die für die Mana-Kosten und die Runen des Fokus sind die, die man hier drin hat, das ist die für Abkling-Zeiten. Die werden später einfach zu Juwelen umgewandelt, also, alles in Ordnung, die hat man jetzt ja auch. Ähm, ansonsten, Runen des Vernichters, mächtige Runen des Vernichters, zum Juwel des Vernichters, also, es werden viele, viele Runen, werden einfach zu Juwelen gemacht, von daher. An sich völlig okay, ich scrore mal weiter runter, so, kann man dann auch mal gucken. Ganz interessant ist tatsächlich, fängt jetzt hier unten an, die Runen, die man aus dem Mitwinter-Event bekommen hat. Und, zum Beispiel, hier unten, geringe und konzentrierte Mitwinterwohne wird zu einer normalen Mitwinterwohne auch verbessert, also, gleich auf grün, plus 21.000 Andermann. Hier auch, das ist die konzentrierte Mitwinterwohne, plus 16.500 Andermann. Das heißt, da ich jetzt hier oben drei Konzentrierte habe und zwei kleine, bekomme ich über 90.000 Andermann dafür. Yay! Ich weiß noch nicht warum, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, aber das kann sicherlich nicht schaden. Wie gesagt, jeder, der die schon hat, die zusammen kriegt Andermann. Und jetzt, wenn ich gerade überlege, jeder meiner zwei Chars hat auch diese Runen, die man sich abholen konnte beim Midwinter-Event. Moment, das heißt, wir gucken einmal ganz kurz, ich glaube, der hat nur so eine geringe Fluorid-Ruhen, also so Kleinigkeiten haben der, glaube ich, nur. Das sind alles nur geringe Runen, das heißt, da gibt es, ich glaube, jeder hat da zwei Runen, das heißt, für jeden Schalke ist es nur 4.000 Andermann, das heißt, 12.000 Andermann nochmal obendrauf. Das heißt, ich kriege nach der Konterunterweiterung auf jeden Fall über 100.000 Andermann. Das persönlich finde ich doch ein bisschen geil. Gut, weiter, alte Runen, das sind quasi jetzt die Gruppen-Ruhen, die man hat, die Gruppeneffekte, wir gucken uns nur die Mächtigen an, wie, nein, das sind quasi die, die ich hier irgendwo hinten drin habe, die hier, quasi einmal Frostnova, Vernichtung und Wächter, das sind quasi die drei Gruppen-Ruhen, ich habe die alle noch auf Klein. Die werden später umgeswitcht, zum Beispiel jetzt hier, gucken wir uns einfach die geringen an, was soll's. Hier ist der Wächter, für mich, wird zu einer, zu einem Runen des Erfahrungsjägers, das heißt, das sind quasi auf dieser Live-Server, das sind quasi Runen, die, das Skeletter, das Erfahrungsjäger, die das um 1% steigern. Das heißt, das sind immer 2%, beziehungsweise hier auch 2, das heißt, hier bekommst du, anstatt 10% bekommst du dann 12% oder halt 14, 16, 18 oder halt auch Ende 20. Du kannst die ganzen Runen, die gibt es auch hier zu kaufen für alles drum und dran. Das macht auch tatsächlich Sinn, die Spieler sich zu kaufen, hier, hier, die Erfahrungssicherer, kostet jetzt hier in dem Falle, gut, komm, wir gucken uns jetzt einfach, was sinnvoller ist. Wir kaufen uns die ganzen Dinger für Kleblätter und kostet, die Sockebare Menge ist immer 1, auch egal, welche Ruhe du nimmst, immer 1. Und die macht tatsächlich Sinn, dass man die überall sockelt, also dass man wirklich von jedem auch die eine kauft. Weil, im Endeffekt, wird das bis um 5 gesteigert, das ist das Höchste. Und wenn du mal guckst in der Steigerung, wenn du hier jetzt anstatt 10, 20% Stapelgröße für Urtes Wissen hast, ist schon mal sehr geil. Wenn du hier anstatt 10, 20% Erfahrungspunkte hast, ist schon mal gut. Gut, die kann man am Ende rausnehmen, wenn man am Max-Level ist. Hier auch Stapelgröße für Panik-Splitter, ich weiß noch nicht, wofür man die braucht, aber okay. Anstatt 10 sind es auch 20. Hier, da muss man tatsächlich ein bisschen gucken. Wird, glaube ich, auch im Endeffekt um 10. Wenn du anstatt 10% kriegst du 20% mehr Einnahmen, auch übelst geil. Hier anstatt 10%, gut, das ist uninteressant, Gold, Stapelgröße ist uninteressant, die gebe ich zu. Und hier ist die Stapelgröße für Sphärenscherben um 2. Oh, das wurde auch geändert, tatsächlich. Das gab es vorher nicht, das ist übelst geil. Das waren mir vorher nur 2%, wo ich mir dachte, das ist wirklich nicht viel. 2% ist bei einem Drop von vielleicht einem 5er-Stack, wäre es, ne? Aber erhöht die Stapelgröße im Endeffekt um 10, dann würde es die Stapelgröße um 20 erhöhen. Das heißt, die sollte man auch auf jeden Fall reinballern. Weil Stapelgröße um 20, wenn du eine Scherbe drop-drop, auf jeden Fall mindestens 21 Scherben. Ist schon mal wirklich sehr gut. Deswegen, die sollte man alle drin haben, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, wie gesagt, einmal für Wächter, einmal, also ich rede gerade von Magier, kann man dann selber gucken. Dann gibt es halt hier für die Vernichtung, das wird quasi für den Gelehrten, das ist mit mehr Wissensbonus, das habe ich gerade gezeigt. Und das letzte ist für Panik-Splitter, da weiß ich aber noch nicht, wofür man die gebrauchen kann. Dann, kommen wir zu den Runen. Zu den Runen kann ich im Allgemeinen sagen, es macht Sinn, sich vorher alle Runen auf blau zu ziehen. Außer, wo war das jetzt? Hier, das Juwel der Ermutigung. Ich weiß noch nicht, warum, das finde ich auch total sinnlos. Das Juwel des Mitwirkens wird zum Juwel der Ermutigung. Das Juwel der Ermutigung wird zum Juwel des Mitwirkens. Ja, da war wohl ein Fuchs. Auf jeden Fall, hier ist es so, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, es steht auch im Englischen so drin, dass das hier trotzdem nur verbessert bleibt. Das heißt, das Juwel reicht auch, wenn man es auf grün zieht, es sei denn, man möchte jetzt unbedingt noch einen heiligen Amethysten haben, ist aber an sich erstmal uninteressant, finde ich. Ja, wie gesagt, hier sehen wir noch, dass sich das Juwel der Geister macht. Das finde ich auch noch ziemlich fragwürdig, das Juwel der Geister macht. Das ist quasi dieses Juwel, das tut man in die Grand-Fahrer-Waffe. Und mir wurde gesagt, das ist danach noch nutzbar, aber hier wird es umgewandelt. Das ist noch ein bisschen fragwürdig. Ja, zum Beispiel, gehen wir mal, wie heißt denn dieses Juwel, warte mal, muss ich mal kurz gucken. Das hier, das Juwel der Verjüngung war das, glaube ich. Genau, das Juwel der Verjüngung wird zum Beispiel später hier. Hier, ich habe die alle auf blau, zu einer Rune der Regeneration, schon auf lila, also die ist schon sehr gut, die Rune. Selbst wenn man die nicht mehr braucht, kann man ja auch noch die Rune einstauben, hat man relativ viel Runenstaub, da können wir kurz hier gucken. Runenstaub, das muss ich immer ganz kurz gucken. Das war nach der CE, ich glaube, das war ganz unten. Das war Staub, das ist Opale. Ah ne, Runenstaub war hier, warte, Runenstaub war hier. Hier, Runenstaub, die du schon auf lila hast, die geben am Ende ja noch, das sind ja, Vitalitätsrunen sind das, immer trotzdem noch 11.000 Staub. Also eigentlich schon mal sehr gut. Und wenn ich mir überlege, ich habe davon schon relativ viele. Das wird alles zur Rune der Regeneration, hiervon habe ich auch noch ein paar Runen der Regeneration, also das heißt, ich kann davon auf jeden Fall welche einstauben. Ich brauche halt, ich kann nur 5 Stück sockeln. Leider hier raus kriege ich schon 8 Stück raus. Dann haben wir hier zum Beispiel das nächste, das Juwel der Förderung, habe ich hier 3 Stück von. Hier habe ich nochmal 5 Stück in den Schuhen drin, das heißt auch 8 Stück. Und das Juwel der Förderung wird zum Beispiel auch auf blau zur Rune der Effizienz. Auch gleich in lila. Und zum Heiligen Amtisten, den kriege ich auch so nebenbei. Das ist so, nochmal ein Bonus drauf. Aber hier habe ich zum Beispiel die Rune der Effizienz. Jetzt gucken wir einmal ganz kurz, was die bringt. Die Rune der Effizienz ist für mehr Mana, also auch definitiv sinnvoll. Und ja, wenn ich davon 5 Stück habe, also 8 Stück habe ich insgesamt, davon kann ich schon mal 3 einschmelzen. Und ich habe auch noch andere Mana-Runen, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich weiß gerade nicht, welche Runen das waren. Das ist ja für Mana-Kosten. Für Bewegungstempo. Ich glaube, ich habe an sich keine Mana-Runen. Die gibt es, glaube ich, aktuell noch gar nicht. Gut, ja, nehmen wir trotzdem mal so hinten. So, ein Beispiel machen wir noch. Ist zum Beispiel hier das Juwel der Rage. Das finde ich auch sehr, sehr toll. Davon habe ich hier eins. Und eines in meiner Waffenzieher. Das Juwel der Rage. Das ist ja auch schon auf blau gezogen. Wird, oh, falsch. Und wird im Endeffekt der Rage, Rage, da. Zu einer neueren Version, zu einem trapezförmigen Onyx. Das heißt, es wird gleich zu einem relativ guten Onyx. Trapezförmiger Onyx ist, hier hat gleich 750 Crit. Und Onyx, also Crit, braucht man am Ende wirklich. Also, Crit ist somit das Wichtigste, was es, glaube ich, dann am Ende geben wird. Weil, ich habe jetzt hier einen Schar und ich habe eigentlich, meiner Meinung nach, schon relativ viele gute Crit-Steine. Ich habe auch ein paar Crit-Runen hier drin. Und habe trotzdem nur 38% auf meinem Modus. Das heißt, Crit ist viel, viel wichtiger am Ende, als ein bisschen mehr Damage. Das heißt, auch die Opale, quasi diese hier, die werden auf jeden Fall mit Crit gemacht. Sodass ich dann im Endeffekt, ich kann 30 von den Crit-Steinen sockeln und 10 Opale, sodass ich dann 40 Crit-Steine habe. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das Problem ist halt nur, ich habe momentan meine Opale, die ich jetzt habe, hier oben zum Beispiel, habe ich nicht mit Crit gemacht. Denken wir sich, okay, ist nicht nur das Problem. Am Ende kann man ja, wenn man zum Juwelier latscht, kann man die ja auftrennen. Aber die sind leider sauteuer. Da bringt mir auch diese 100.000 anderen Mann, die ich am Ende bekommen werde, kann ich drei Dinger aufteilen. Ja, super. Ich habe zwar auf dem Live-Server jetzt auch schon 120.000 anderen Mann, und wenn wir jetzt 220.000 anderen Mann haben, kann aber trotzdem keine 10, beziehungsweise hier ist immer noch ein Elfter. Irgendwo habe ich hier einen Elften. Hatte ich mal. Wo habe ich den denn jetzt? Da, einen Elften-Stein. Kann ich damit auch nicht. Geht nicht. Es wird zu teuer am Andermann. Ja, da haben sie, wie gesagt, die ganzen Juweli. Ich weiß auch nicht, warum sie das hier gemacht haben. Das haben sie im Englischen auch gemacht. Das ist total dämlich. Er steht vor allem auf 10 mal dasselbe da. Juweli der Vereinigung so, Juweli der Vereinigung so. Klar, es gibt verschiedene Juweli der Vereinigung. Das sind also momentan diese Pyramiden-Steine. Da werden sie zu Opal mit denselben Verzauberungswerten. Ja, das haben sie ganz oft stehen für gewöhnlich, ganz oft verstehen für verbessert und ganz oft verstehen für magisch. Also ich weiß nicht, was sich da jemand bei gedacht hat. Das war total dämlich, aber okay. Die Rezepte. Da wird es auch noch ganz interessant. Das ist auch eine Sache, die ich auch noch machen werde. Und zwar, das ist alles uninteressant, aber hier. Rezepte droppen ja momentan wie Sand am Meer. Das heißt, wenn die momentan ein kündliches Rezept droppt auf grün oder auf blau. Ich würde die einfach im Inventar behalten. Ich weiß nicht, ob die auch noch zusätzlich zu 1000 goldenen Kleblättern werden, aber ich werde sie erstmal alle im Inventar behalten. Weil so könnte man ja locker mal Kleblätter farmen jetzt. Also ich farme jetzt gleich noch ein bisschen und dann würde ich hier Kleblätter farmen. In der Hoffnung, dass die Dinger, die ich im Inventar habe, ebenfalls zu Kleblättern werden. Wenn nicht, gut, ist egal. Dann hatte ich das im Inventar. Mein Gott, die nehmen zwei Plätze weg. Ich glaube, die stacken sich. Ist nicht so schlimm. Aber falls es doch werden, boah, da habe ich erstmal ganz viele Kleblätter. Aber auf jeden Fall, alle, die das jetzt schon aktiviert haben, bekommen auf jeden Fall, selbst wenn du die nicht im Inventar hast, bekommen sie 1500 goldenen Kleblätter dafür. Also schon mal sehr gut. Die kann man dann gleich am besten für die neuen Runen verballern und so weiter und so fort. Hier wurden noch ein paar Rezepte entfernt. Das ist auch erstmal nicht so interessant. Die Buffs. Ich würde mich tatsächlich auch vorher mit Buffs eindecken. Weil die meisten, die du jetzt schon hast, die magischen, also die blauen, werden am Ende auch zu blauen. Und du kannst dir im Endeffekt, kannst du die, wenn du hier bist. Und wir gehen das mal nach Andrakash zum Beispiel rein. Da machen wir es mal kurz mit beiden Chars. Hier auch einmal nach Andrakash. So. Da konntest du ja vorher hier bei der Galixa. Ne, da nicht. Okay, dann halt. Wo war das? Hier oben. Bei dem, glaube ich. Genau, da konntest du ja zum Beispiel, äh, okay, hier, Laufgeschwindigkeit. Du kannst dann nur noch die kleinen kaufen für 2% Laufgeschwindigkeit. Die ganz große, äh, Laufgeschwindigkeit, Laufgeschwindigkeit ist hier. Die mit 18% Bewegungstempo, die kannst du dir danach nicht mehr kaufen. Das heißt, du kannst du jetzt aktuell die blauen kaufen. Die werden da zu 14%. Das sind sie, sind sie jetzt, glaube ich, soweit ich weiß auch schon. Oh, das sieht ja schick aus hier. Wunderschön. Wunderschöner Blau. Ist ja ein Traum. Nein, da oben ist hoch. Ja, ja, komm. So, momentan kannst du dir hier, kannst du die blauen kaufen. Auch noch für Gold. Oh, die haben hier tatsächlich so nur 9% Laufgeschwindigkeit. Also die werden zu anderen blauen. Und die werden am Ende zu den blauen hier. Da haben sie 14% Laufgeschwindigkeit. Das Ganze wird auch für alle anderen Sachen gelten. Also ich werde mir auf jeden Fall Crit holen, weil Crit ist lebenswichtig später. Äh, Lebenspunkte weiß ich noch nicht so recht. Aber ich werde mich auf jeden Fall damit eindecken. Also wirklich eindecken. Also überall einen Stack. Ich glaube, diesen Stack war das 999. Dass ich erstmal überall einen Stack dabei habe. Dass dafür wird mein Gold drauf gehen. Für das ganze Restgold werde ich mir dann die Wissensruhen kaufen. So, dass ich sie nach der Kontraffetterung einschmelzen kann. So, dass ich dann genug Runenstaub habe. Dass ich gleich recht gute, vielleicht nicht gerade Max-Runen, aber recht gute Runen habe. Das ist mir erstmal wichtig. Vor allem ist mir persönlich wichtig, ähm, hier sowas in Gruppe. Dass ich gleich die Stapelgröße für Wissen hoch habe, ähm, Erfahrung hoch habe. Sowas wird mir später recht wichtig sein. Ja, wie gesagt, meine Gruppenstufe bin ich jetzt hier 150. Du wirst am Ende Gruppenstufe 80 haben. Aber ich habe mir schon gemerkt, ich bin eine Runde auf Platzcheck gelaufen und habe gut eine halbe Gruppenstufe bekommen. Für einmal Platzcheck laufen. Ich war vorher auf Platzcheck, auf 152, habe ich extra mal geguckt. Da war ich, also wenn hinten Ende ist, war ich ungefähr hier, also ungefähr bei 80%. Und habe jetzt hier über die Hälfte in einer Runde, gut mit Krotter, aber ist ja egal. Eine Runde Platzcheck, ähm, da bin ich, ähm, der Winterkipp ist einfach hochgelaufen. Das heißt, Gruppen, wird man später gerade in den hohen Modus, wirst du relativ viele Gruppenerfahrungspunkte sammeln. Das heißt, es wird recht schnell gehen. So, was gibt es sonst noch zu tun? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ähm, genau, Tonikas, Arzneien, sollte man sich alles vorher mit eindecken. Elixierer auch, gerade, ähm, die Lebenselixierer, die, die sind auch wichtig, dass man Heiltränke hat. Ähm, Heiltränke würden, werden am Ende auf drei Sekunden, ich habe hier gerade keinen. Toll, habe ich einen, wie in mir drin? Nö, ne? Warte, ich kann auch hier sicher nicht mal gucken, bei der hier. Ne, auch falsch, ne, war es auch noch der. Ähm, ja, ein Kraftvollen Heiltränke, ich glaube, die Blauen werden später zu denen hier, genau. Äh, die wird es auch noch bis zu 100% geben, die sind aber recht unsinnig, finde ich. Ich glaube, wenn ich hier 80% als höchstes habe, reicht das. Die kann man später auch noch herstellen, oder halt die ganz kleinen, eigentlich, ich weiß gerade nicht, wo sie sind, warum sind die hier nur für andermann drinne? Das verstehe ich gerade nicht, weil eigentlich sollte es die auch für Gold zu kaufen geben, die ganz kleinen, die 20% herstellen. Haben aber alle, wie man hier sieht, eine Abklingzahl von drei Sekunden, jetzt wird es sechs Sekunden, neun, zwölf oder fünfzehn Sekunden. Das heißt, man wird Heiltränke nicht mehr spammen können, macht auch irgendwie Sinn, das ist irgendwie echt doof. Dasselbe auch mit den Ressourcentränken, wie gesagt, die, welche man hat, da haben die auch eine Abklingzahl von neun, zwölf, fünfzehn, oder die nachhaltigen Ressourcentränken. Die gerade in Sekunden, drei, oh, dauert zehn Sekunden, das ist wieder interessant. Hier zum Beispiel, dauert fünf, ach, auch dauert zehn Sekunden, okay. Abklingzahl 12 Sekunden, stellt 12,5% des Manas her, für zehn Sekunden, ja, das, ja. Aber gut, deswegen, mit Heiltränken eindecken, mit Arznei eindecken, vorher. Zutaten, das sind die Kerne, die Kerne, die man jetzt hat, werden ungewandelt zu Glyphen, das wusste man vorher schon. Hier noch die genauen Glyphen, die vier sind. Materie, Kerner, so und so viel, Steigerungskerne und so weiter und so fort. Fragmente des Inferner Zugangs, und was werden die umgewandelt? Die werden einfach nur eins zu eins in weiße umgewandelt. Ist aber auch nicht so schlimm, wenn man jetzt ein paar Phile davon hat. Wenn man später nach Platz hat irgendwo rein möchte, ich sag mal jetzt, keine Ahnung, wie fest sind die Gernzweil, kostet das hier zehn, und in den Zwischenwelten kostet es 15 Fragmente des Inferner Zugangs, also davon wird man erst mal mehr als genug haben. Ich hab jetzt hier, wie viel hatte ich hier, wo sind sie denn? Na, na, na. Ja, ja, wahrscheinlich klicke ich alles an, und nicht das, was ich sollte. Hier? Nö. Ach, Schlüssel, macht irgendwie Sinn. Ja, 21.000 Fragmente auf dem Live-Server, hab ich auch ungefähr so in den Dreh, wie gesagt, ich werd's noch ein bisschen in Farben gehen, und hoffen, dass ein paar Rezepte gedroppt werden, und dann werden wir sehen, ähm, die Quests, das ist auch noch wichtig, die Quests bezüglich der ganzen Materies, die man braucht, wurden von 100.000 auf 1.000 runtergesetzt, das heißt, man braucht auch nicht mehr so viele Materies, zumindest hab ich davon einen Screenshot gesehen, ich weiß nicht, ob es alle Quests sind, aber sicherlich der ein oder andere, das heißt, man braucht zum Glück nicht mehr so viele Materie-Fragmente. Jutti, ansonsten, jetzt haben wir aber alles. Also, wir sehen uns im nächsten Video, das denn auf Live-Server sein wird, weil die Kontra weiterhin da ist, dann geht es nämlich los mit der Story. Genau. Das ganze Story, wenn wir zur dritte machen, ich und noch zwei andere Personen, ihr könnt ja mal raten, wer es ist, und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut, ciao! Das ganze Story, das soll kurz dritt werden, Untertitelung des ZDF, 2020